Herzlich Willkommen auf Unbox Kings. In der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. GGB und OBs Candy Benji Im Februar 2019 erschien mit Tag Team gemeinsam mit Tiger das letzte Kollabo-Album von GGB. Knapp eineinhalb Jahre später kommt der Berliner jetzt mit seinem Debütalbum, für das er sich den Berliner Produzenten OBs an seine Seite geholt hat. Candy Benji beinhaltet 10 Tracks, Features kommen unter anderem von Mr. Meta, Shucky One und Tiger. Das Album kommt über Nordachse und erscheint als CD und auch als Vinyl. MoTrip Elemente Das letzte Album von MoTrip, Mama, erschien im Juni 2015. In der Zwischenzeit veröffentlichte der Aachener noch ein Live-Album und ein gemeinsames Kollabo-Album mit Alias. Jetzt kommt mit Elemente seine erste Compilation. Nachdem das Release am 22. Mai bereits digital veröffentlicht wurde, kommt nun drei Wochen später auch das physische Release. Elemente kommt mit 23 Tracks und beinhaltet unter anderem Features von Alias, Joker und Scylla. Das Release kommt über Urban und erscheint als CD. Raiz Hayat Raiz ist ein junger Newcomer, der im Oktober 2018 auf Rathars Label Alles oder Nix Records unter Vertrag genommen wurde. Jetzt steht sein Debüt-Album an. Hayat beinhaltet 14 Tracks, Features kommen unter anderem von Noah, Zero El Mero und Rathar. Das Album kommt über Groove-Attack-Tracks und erscheint als Bundle. Tamasch Hysterie Das letzte Album von Tamasch, Kopfsteinpflaster, erschien im Januar 2016. In den Jahren darauf war er sowohl als Solo-Künstler als auch als Teil der Rap-Formation Zombies aktiv. Knapp viereinhalb Jahre später meldet sich der Berliner mit seinem zweiten Solo-Album zurück. Hysterie kommt mit 13 Tracks und beinhaltet Features von Swiss und Shockey. Das Release kommt über Walk This Way Records und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Hamada Knockout Im Februar diesen Jahres lieferte Hamada mit seiner Middater-EP seine Debüt-EP. Jetzt steht nur vier Monate später bereits die nächste EP des Hageners an. Knockout beinhaltet 8 Tracks, als Features wurden bis jetzt Brecho und Hemshow bekannt gegeben. Das Release kommt über Supremos und erscheint als Bundle. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde mich natürlich interessieren. Schreibt sie mir in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den jeweiligen Releases findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Falls ihr in Zukunft keine Releases mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.